Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2018 bei der SG St. Anton Riegel. Ja, meine lieben Freunde, es geht los. Europa League, das Viertelfinal-Hinspiel, Inter Mailand gegen St. Anton Riegel. Und wenn das nicht mal ein Kracher ist, Inter Mailand, jetzt haben wir mal so ein richtiger Gradmesser erwischt. Und können jetzt mal beweisen, ob die Mannschaft wirklich tauglich ist, um Inter Mailand zu schlagen. Das ist jetzt auch innerhalb von einer Woche die beiden Spiele. Und wir gehen mal in die Wettbewerbsinfo. In der letzten Folge haben wir ja das Pokalfinale erreicht. Damit schon mal einen möglichen Titel. Aber reicht es dem Müller? Der will eigentlich, oder der Vereinspräsident Joachim Wälder, der will eigentlich mehr haben. K.O.-Phase, da ist richtig. Das sind die Spiele, die acht verbleibenden Teams in der Europa League. Das sind die Viertelfinals, wir gucken nochmal drauf. Arsenal gegen Sporting Lissabon. Inter Mailand gegen St. Anton Riegel. Borussia Mönchengladbach gegen Olympique Marseille. Und Arce Milan gegen Augerge Nice. Also hier haben wir da noch zwei französische drin, zwei italienische drin, zwei deutsche drin. Und jeweils noch einen englischen und einen portugiesischen Vertreter. Also deutscher Italien und Frankreich noch gut Vertreter. Ha, auf jeden Fall ein hammerlos für St. Anton Riegel. Also aus deutscher Sicht vielleicht Gladbach ein etwas leichteres Los, obwohl man Marseille auch nicht unterschätzen darf. Gar keine Frage. Wir wollen ins Halbfinale. Vielleicht kann es hier zu einem deutschen Duell kommen. Je nachdem, was Gladbach macht. Könnte man sich im Halbfinale zu einem Duellsriegel gegen Gladbach kommen. Und wir haben ja in der Bundesliga gesehen, wie schwer das ist, gegen Mönchengladbach zu spielen. Aber das sehen wir noch nicht. Wir gehen in die Strategie. Matthias Scholz hat ein Angebot gekriegt in der letzten Folge von FC Metz aus der Ligue 1. Das wurde nach gründlicher Durchsicht abgelehnt. Und Cardiff City erwägt jetzt noch, hört man, Angebot abzugeben. Mal gucken, was da so kommt. Und wir gehen jetzt erstmal in die Aufstellung. Ich würde sagen, die machen auch die Viererkette. Die haben da nur einen Sturm. Der Mertens. Perisic kennt man da. Die Mannschaft, die sind so bekannt hier. Aber erst einmal. Eberhofer ist schon mal wieder gesetzt im Tor. Nicht der Stefan Mayer. Wie sieht es von der Kraft aus? Ja, Ceviki brauchen wir im Euroleague wieder. Also eigentlich, das ist unsere Top-Abwehr. Einzig die Position hier vom Bergmann, die gefällt mir nicht ganz so gut. Ich würde doch tatsächlich mal den Marcel Pelz von Anfang an spielen lassen. In der... Ach, im rechten Mittelfeld. Was ist, wenn der Beißler und der Pelz... Der Pelz könnte hier... Das ist eine gute Idee. Das ist gleich, ob der hier spielt oder hier spielt. Beißler ist dann hier nicht so gut. Jawohl, Beißler ja besser. Beißler mal aufs rechte Mittelfeld setzen. Und Pelz und Joker in die Zentrale. Walvo natürlich gesetzt da vorne. Da ändert sich nicht so viel dran. Einzig, was sich ändert, ist, dass der Oma Cham mal wieder mitkommt. Obwohl, ich würde mal sagen, geintermailernd... Lassen wir mal den Matthias Scholz. Andreas Müller lässt Matthias Scholz auf der Bank und will den als Joker bringen. Und Oma Cham bekommt einen Startelf-Einsatz. Der trifft meistens ja eh nur in der Europa League. Schweizer, ja, das sieht ganz gut aus. Wie nehmen wir den da mit? Daniel Schmutz, Justin Sievers. Eigentlich gut aufgestellt. Fuchsi für rechts. Eichinger für frischen Wind. Die können wir auch mitnehmen. Können wir es eigentlich auch so lassen, glaube ich. Gehen wir mal hier. Kapitän Joker, weiter Freistoß. Kurzer Freistoß ist jetzt was, was dann mal der Pelz machen wird. Freistoß mal zwei. Linker Eckball, rechter Eckball. Strafstoß macht in dem Fall dann mal der Schweizer. Und die Angriffsunterstützung Walvorik. Beißler und der Schweizer. So schaut die Ausstellung dann aus. Im Europa League-Wettbewerb natürlich Stammtorhüter Jake Eberhofer. Und dann die legendäre Vierer-Abwehrkette von Andreas Müller. Armani auf links. Ceviki auf rechts. Und Patrick Lang und David Lötzsch in der Mitte. Wir haben dann im zentralen Mittelfeld den Joker. Wir haben Marcel Pelz, der seinen Startelf-Einsatz kriegt. Beißler auf die rechte Seite gerückt. Der Gegenpart, die linke Seite, Walvorik. Und dann vorne Matze, Schweizer. Und die Überraschung schlechthin. Oma Camm in der Startelf. Nicht wie viele erwartet hätten Matthias Scholz. Plant Müller den als Joker zu bringen, wenn es nicht so läuft bei Inter Mailand. Auf der Bank haben wir natürlich der Eichert. Wir haben Fuchsi dabei, Eichinger, Bergmann, Heiretzei, Kenny und Scholz. Also die ist gut besetzt, die Bank. Wer hätte da noch mehr, die man mitnehmen könnte. Aber wir können ja nicht alle mitnehmen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir fackeln da nicht lang. Ich freue mich richtig drauf im Giuseppe Neazza-Stadion. Das Trikot passt aber nicht hier. Oh, erkennt man das? Doch, das erkennt man, können wir auch so lassen. Giuseppe Neazza-Stadion in Mailand. Das ist die Taktik-Tafel dazu. So finde ich das Top-Spiel in diesem Let's Play hier. Inter Mailand gegen St. Anton Riegel. Und ich denke, da gehen wir einfach mal hin. Giuseppe Neazza-Stadion begrüßt Sie, meine lieben Damen und Herren. Inter Mailand gegen St. Anton Riegel. Ein Kracherspiel in der Vereinsgeschichte von St. Anton Riegel. Ein Top-Duell. Inter Mailand in den 80er, 90er starke UEFA Cup Mannschaft gewesen. Road to Lyon heißt das Motto. Schaffte St. Anton bis dorthin. Inter Mailand der erste Gradmesser. Und wie immer hören wir mal wieder in die Hymne rein. Durch Ausverkauf das Giuseppe Neazza-Stadion. Man hört, es sind insgesamt 6000 Fans aus Riegel angereist. Nach Mailand haben wir den Weg über die Schweiz, Chiaso-Komasee Richtung Milano angetreten. Um die St. Anton zu unterstützen. Das Rückspiel dann in der übernächsten Folge in Riegel. Also da freuen wir uns schon drauf. Und Andreas Müller hat so ein bisschen überrascht, wenn wir zuerst einmal von Vecchi, dem Trainer hier sehen, die Aufstörung von Inter Mailand. Das der erste. Handanovic ist hier bekannt. Und Perisic. Und hier. Jump, Schweizer Joker und Ceviki. Gelb vorbelastet. Eberhofer klar gesetzt. Dann vorne Pelz in der Startelf. Beißen auf rechts. Und vorne Überraschung Oma Cham statt Matthias Scholz. Das eigentlich die Überraschung schlechthin, die Müller im Spielberichtsboge heute Mittag veröffentlicht hat. Dass man hier Oma Cham, der eigentlich meistens so in der Europa League spielt, hier einsetzt. Und los geht's zum Viertelfinale in der UEFA Europa League. Wie gut ist St. Anton Riegel? Hier wird es sich zeigen gegen Inter Mailand. Natürlich eine starke, technische Mannschaft. Lothar Matthias ist eine technisch starke Mannschaft. Lothar Matthias sagt technisch. Aber das Technische ist jetzt nicht gut hier. Eberhofer. Erste Chance für Inter Mailand. Der, klar, schon der Favorit in diesem Viertelfinale. Man spricht davon, dass Inter Mailand auf dem Papier leichter Favorit ist gegen St. Anton, aber nur leicht. St. Anton hat ja schon Superspiele hier bewiesen. Viele Spieler, die auch schon mal Weltmeister waren jetzt bei der WM. Und jetzt Marcel Pelz. Sprintet er allein durch. Marcel Pelz. Marcel Pelz, Aschtreider, Konter. Hätte er sich ein bisschen mehr zutrauen können. Marcel Pelz, schön den Konter ausgeführt. Blitzschnell. Ja, Pech. Eckball. Ausgeführt von Novian Armani. Und Achtung, Achtung, Omatscham, Tor, Tor. Omatscham, Auswärts Tor, 1-0 Riegel. Dieser Omatscham, der wird ja meistens nur in der Europa League eingesetzt. Und der hat auch schon oft getroffen. In der Gruppenphase. Einmal im 16. Finale. Jetzt trifft er mal wieder, Omatscham. 1-0 in Mailand für Riegel. Seine Zukunft ist auch nicht ganz klar. Ob er da langefristig eine Chance hat, den Riegel sich durchzusetzen. Und jetzt ist Inter Mailand etwas überrascht. Riegel hat die Führung erzielt. Joachim Welter träumt schon von einem Endspiel. Und der Beißler wird da gelegt. Beißler auf rechts. Rechte Mittelfeld. Das ist eigentlich eher der Zentraldefensive. Ja, gesehen, er kann loslegen. Der Beißler ist dann aber aufgelaufen. Joker, der Mann, der sich immer reinhängt. Oma, Jam. Oh, die müssen aufpassen. Jam hat auch schon gelbe Karten gesammelt. Für Vicky. Schweizer. Kommt da nicht durch. Boah, da geht's hart zu Werke. Faire Zweikämpfe bisher. Schön faires Viertelfinalspiel. Und jetzt. Jetzt muss da einer dran gehen. Magomoto. Und Armani. Und jetzt raus damit. Inter Mailand macht Druck. Weg da mit dem Ball. Wieder Armani. Der sich jetzt im Moment als zentraler Innenverteidiger wiederfindet. Novin Armani. Momentan agiert der hier als Innenverteidiger. So, und jetzt ist der Ball frei für Oma Jam. Oh, da machen sie einen Fehlpass. Inter Mailand. Und dann so ein Pass. Jam wollte da auf den mitgelaufenen Schweizer schießen. Das hätte auch vielleicht zum Erfolg geführt. Da macht Inter so ein Fehler. Und dann macht Riegel so ein Pass. So, Oma Jam wird jetzt da eingequetscht. Oh, Achtung, Oma Jam. Grobe Patzer da hinten in der Abwehr von Inter. Lang. Lötschi jetzt. Sind jetzt alle ein bisschen aufgerückt. Abseits von Oma Jam. Knapp. Ist da aus dem Abseits wieder raus. Aber es ist zu spät. Dann hat der Schweizer sich jetzt abseits gestellt. 1-0. Ist knapp für Riegel. Aber kann ja noch wichtig wäre. Auswärtstorregel. Selbst wenn Inter jetzt 2-1 gewinnen würde. Könnte so ein Auswärtstor hier noch ganz wichtig werden. Jetzt komm. Achtung, Achtung. Und dann gleicht Inter aus. 1-1. Eder. Ja, der Brasilianer Eder-Martins mit dem 1-1. Ja, hat er sich abgezeichnet. Weil Riegel da jetzt auch unsicher wirkte hinten in der Abwehr. Ja, die haben es gerade gesagt. Das Auswärtstor kann noch wichtig wäre. Sollte auch Inter hier gewinnen. 2-1. Kann ja mit einem 1-0-sieg im Rückspiel dann immer noch weiterkommen. Ja, schön mit der Hacke. Der war schwer einzusehen für Jake Eberhofer. Ich glaube, wir kriegen es hier nochmal. Ah. Schöner Trick. Muss man schon sagen. Inter Mailand wieder im Spiel. Also ich habe sich das jetzt lang angeguckt, wie St. Anton das hier macht. Und es steht 1-1. Und es werde noch weit über die Schmerzgrenze gehen müssen, die Riegel. Zunächst ist mal Halbzeit in Mailand. Es steht 1-1 nach 45 Minuten. Es ist das erwartet enge Europa League Spiel. Das wird auch Kraft kosten. Weil jetzt ist der Wettbewerb so richtig eröffnet. Andreas Müller. Berät sich jetzt. Was kann man machen? Und er sagt, nein. Das war schon okay. Wir lassen die auch weiter so spielen. Steht jetzt 1-1. Zweite Hälfte. Die Inter-Fans lautstark. Forza Libre hören wir da. Nicht Cuba Libre. Das ist ja ein Getränk. So. Valvorik. Der Österreicher. Immer gut für gute Momente. Und da kommt jetzt mal so ein Valvorik-Moment. Wer läuft damit? Es ist Matze. Schweizer. Matthias Schultz macht sich da mittlerweile bereit. Also es wird wohl bald eine Einwechslung von Matthias Schultz komme. Frage ist für wen. Zugestellt Oma Jam. Schultz. Es sieht wohl aus, als könnte Oma Jam derjenige sein. Trotz Tor, der hier gehen muss. Joker. Der setzt alles rein. Jetzt die Außen. Pelz. Und jetzt über Armani. Der kann es ja genauso gut. Läuft raus. Und Andreas Müller sieht Oma Jam. Hat Probleme. Und es wird jetzt Matthias Schultz kommen. Schon recht früh in dem Spiel. Dass Matthias Schultz eingewechselt wird. Für Oma Jam. Hat zwar ein Tor gemacht. Aber Oma Jam. Jetzt kommt Matthias Schultz. Ein Tor gemacht. Oma Jam. Gar nicht schlecht gespielt. Aber man merkt, dass er lange nicht mehr gespielt hat. Das Tempo nicht ganz so mitgehen kann. Und jetzt kommt Mr. Gnadenlos. Matthias Schultz. Wir haben auch gesehen. Der Schweizer ist auch sehr platt. Das kostet natürlich Kraft hier. Das Spiel. Schon ganz klar. Kenny wäre auch noch so jemand. Den man bringen könnte. Und Valvorik. Ja. Sieht jetzt Matthias Schultz. Ja. Ist er zum ersten Mal am Ball. Matthias Schultz. Läuft da einer mit. Muss da die Flanke setzen. Ah. Jetzt der Konter von Inter Mailand. Und Müller bereitet einen Doppelwechsel vor. Beißlerblatt. Für Beißler kommt rein Rocky Bergmann. Und für Valvorik. Kommt rein Adnan Hayrezei. Also Doppelwechsel. Beißler und Valvorik gehen raus. Bergmann und Hayrezei werden gleich ins Spiel kommen. Es kostet sehr viel Kraft. Das Spiel. Jetzt Beißler. Vielleicht nochmal mit einer Aktion hier. Michael Beißler. Müssen jetzt auch mal einige mitlaufen hier. Achtung. 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 Nein. Es wäre der Schweizer gewesen. Beißler noch einmal. Letzte Kraftkörner getankt. Zum 2-1. Das war es dann seine letzte Aktion in diesem Spiel. Er wird jetzt ausgewechselt. Genauso wie Valvorik. Es kommen Rocky Bergmann und Adnan Hayrezei jetzt ins Spiel. Und neue Impulse. Geht da noch was. 1-1. Einwurf. Wichtig. Den hat der Jim Vicky rausgeholt. Stark. Aber dann geht der Einwurf ins Nirgendwo. Na. Achtung. Ja. Das war keine gute Idee. Bei einem 1-1 im Rückspiel wäre Riegel weiter. Und jetzt Joker und... Jawohl. Tor. Matze Schweizer. 2-1. Vorlage vom Joker. 2-1 Führung für St. Anton. Vorlage vom Joker. Matze zeigt an hierher. Und dann trifft er den auch irgendwie. Auch nicht mehr viel Körner im Tank. Genauso wie Joker. Der da den Part jetzt übernommen hat von Valvorik. Und in der Flanke drin nimmt er den an. Wichtig. 2-1. Zweites Auswärtstor für Riegel. 83. Hayrezei. Scholz. Schweizer. Abseits. Ja. Das war nicht gut vom Schleser. Er hätte nicht machen sollen. Da hat der Schweizer nämlich an den Subside gelaufen. Da haben die Inter-Spieler drauf spekuliert, dass der den Pass so spielt. Und dass er genau so gespielt. Gonbocia geht rein. Viele unbekannte Spieler bei Inter. Aber der Sieg von Riegel ist natürlich krass. Boah. Das war jetzt auch die Kategorie weg mit dem Ball. Auch jetzt letzter Wechsel bei Inter. Müsste jetzt auch schon 3-mal gewechselt haben. Joker macht da eine Wrestling-Einlage. Da sieht sich keiner gezwungen, mal ranzugehen hier. So, jetzt letzter Konter vielleicht. Oh, nein. Schade. 2-1 Sieg in Mailand für St. Anton Riegel. Aber wie gesagt. Dünnes Polster im Rückspiel. Kann mit einem 2-0. Sollte alle schon wieder vorbei sein für Inter. Bei einem 1-0 Sieg von Inter reichen die zwei Auswärtstore für St. Anton. Also das wird eine enge Kiste in Riegel. Der Traum lebt vom ersten Halbfinale einer deutschen Mannschaft in der Europa League seit dem HSV 2010. Der Traum lebt. Hier sehen wir die erste Parade von Eberhofer. Kandreva. Und dann der erste Konter. Marcel Pelz. Der dann den leider zu schwach schießt. Gutes Spiel gemacht. Hat Müller gesagt. Marcel Pelz. Top. Der Mann. Oma Jamm. Dann in der 11. Minute. Irgendwie stochert der dann den Ball zum 1-0 rein. Ein Mr. Europa League. Weil er meistens nur in der Europa League spielen darf. Oma Jamm. Ob er auch noch weitere Jahre in St. Anton spielt ist unklar. Kader sehr groß besetzt. Vielleicht wird man da etwas auch verkleinern im Kader. Dann Martins. Jampi mit dem Vorlage. Das war das 1-1. Noch vor der Halbzeit. Mit dem schönen Hackentor. Zweiten Halbzeit hat dann Matze Schweizer die Chance gehabt. Und als gegeben drauf und dran. Schuss 2-1-2. Köpft ihn dann vorbei. Aber ein Riegel wird nicht aufgegeben. Joker mit der Vorlage dann. Für Matze Schweizer. Der den 2-1-Endstand trifft. Und damit eine wichtige Grundlage fürs Rückspiel in Riegel dann gibt. Denn man geht mit einem knappen 2-1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rückspiel. Und das muss man dann heimbringen. Er hat schon größere Vorsprünge heimbringen müssen. Aber 2-1 stark. Spieler des Tages. Matze Schweizer. Klar, Oma Jamit Nassib. Bin alle nicht schlecht gespielt. Gehen wir mal rein in die Hinspielergebnisse. Und Arsenal 2-0 gegen Sporting Lissabon. Inter Mailand St. Anton Riegel 1-2. Borussia Mönchengladbach 3-0 Hinspiel-Sieg zu Hause gegen Olympique Marseille. Und alles noch offen bei AC Milan gegen OG Schenitz. So, da ist alles noch offen. Kommt es hier nachher doch zu einem deutschen Halbfinale Gladbach gegen Riegel? Das wäre es natürlich. Wäre ja auch das dritte Mal in der Saison. Das weiß ich nicht. Ne, das vierte Mal, weil man im Pokal ja auch schon mal gegen Gladbach gespielt hätte. Bundesliga steht in der nächsten Folge an. Spieltag Nummer 33 gegen Hannover 96. Dort ist man ja auf Meisterkurs. Wir sehen hier noch ein Sieg in der Liga. Das macht fünf in Folge. Ja. Joachim Welter immer sehr positiv über der Herr Müller. Ich schaue, wichtiges Spiel dann, wenn man das wieder schafft. So, wieder speichern. Oh, wir haben hier den Teamstatus mit dem Sieg in Folge. Kader Zufriedenheit. Ja, ist nicht ganz so klar. Klar, viele Spieler spielen nicht. Teamstärke 83, Teamgeist 97. Ja. Ich spiele 100% Kapitän. Meiste Einsätze der Valvorik. Muss man schon sagen. Ja, und dann geht es in die Bundesliga. Da hat er schon Scholz auf dem Weg zur Torhüterkanone. Hat er schon 21 Mal getroffen. Heimspiel in Riegel gegen Hannover 96. Wieder ein weiterer Schritt Richtung Meisterschaft. Auch jetzt dann nur noch fünf Spiele in der Bundesliga. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Dann Europa League und dann wieder ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Also jetzt Niedersachsen-Spiele in Niedersachsen-Wochen in der Bundesliga. Dazwischen Dolce Vita zu Gast in Riegel. Also drei Heimspiele in Folge jetzt mit dem Europa League-Rückspiel. Das macht Spaß und macht Lust auf mehr. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und habt Lust auf mehr. Dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge dann mit dem Erste von drei Heimspielen. Die Niedersachsen-Wochen in der Bundesliga beginnen. Mit Hannover 96, die dann zu uns kommen. Und ja. Das wird dann auch spannend. Wird der Andreas Müller bei dem Tabelle-Vorsprung schon einmal Spieler-Schone für die Europa League. Weil Bundesliga läuft im Moment gerade saugut. Wir werden sehen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dem Spiel. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt. Sagt Anton Riegel gegen Hannover 96. Ich sage schon mal vielen Dank. Auf Wiederlurke. Und bis zum nächsten Mal. Euer Beißler. Ich sage schon mal vielen Dank.